Hallo allgemein, hier ist Avian. Ich möchte mich entschuldigen, dass die Serie eine kurze. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufmerksamkeit. Wir sind das letzte Bollwerk gegen die Asiatischen Horgen. Wir müssen Berlin halten, nur wenige Tage. Der treuesten Treu. Siehst aus. Er wähnt sich bereits als Siegabschwindchen greifen. Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Art der Rebeschoss. Granaten sind in Dichterfolge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Ah, Monke. Das ist ein Geschwätz der Schweine-Toff. Unter ein ausgerechnet Himmler. Ich sehe das anders. Göring will die Macht an sich reißen. Sofort! Dieser Versager, dieser Schmarratzen. Er schiebt Divisionen aus der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Verrat! Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen. Wir sind Soldaten. Das war ein Befehl! Ich habe mich klar genug ausgedrückt. 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 Nein! Hat die Korruption in unserem Staate möglich gemacht! Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Mütter aufgibt. Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe. HA HA HA!